Hallo liebe Pferdefreunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horselife, Freunde für immer. Ja, ich war, ich war gestern, ich war so platt irgendwie, ich fühlte mich gar nicht richtig irgendwie und es tut mir einfach leid. Aber ich habe was über die Rasse herausgefunden, über Celle France, das ist, was unser Pferd hier ist. Es ist einfach Ursprung von Frankreich und wir haben eigentlich eine untypische Farbe, Gipi. Weil diese Rasse hat eigentlich nur Farben in Braun, Rappe, Fuchs und Schimmel kommt es ganz, ganz selten vor. Also checken steht hier gar nichts von. Nur mal so als Info. Nur um einfach mal klugzuschreißen. Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht. Haben wir dann, nee, sind schon wieder eigentlich nicht der Tag. Ich weiß das gar nicht. Naja, wir müssen jetzt einfach die Box erstmal hier aus. Ist ja nie nur mal schlimm. Wollen wir denn einfach gleich schon losreiten? Ins Gelände? Ich meine, das könnte man doch eigentlich noch machen, oder? Ich finde, das sollte man mal machen. Ich hätte dazu richtig Bock. Das hat mir der Esel für diese Folge mal so vorgenommen, dass wir dann rausgehen ins Gelände. So, frische Stroh erstmal jeder rein. Das dauert ja eh immer so ein bisschen. Naja, aber es ist ja auch so im wahren Leben, ne? Naja, okay, ich muss das nicht. Ich meine, das macht der Stallchef. Aber ich weiß es nur, wie es ist, weil ich war schon mal Selbstversorger und ich musste da auch. Ich glaube, da war ich zweimal am Tag kurz hin. Nee, okay, einmal ist meine Mutter hingefahren. Ganz, ganz lieben Dank an meine Mutti, dass sie es wirklich gemacht hat. Und abends war ich aber dafür hingefahren. Und dann habe ich es gemacht. Auch gefüttert und alles, was dazu gehört. So, Spiel, hallo, hallo, äh, hallo. Nicht aufhängen! Hm, dieses Spiel. Ja, mach ich doch. Pferde sind sehr sensible Tiere. Ja, das sind sie, vor allem meine. Pass gut auf deins auf. Wie die Zeit verfliegt, der Tag ist schon bald zu Ende. Ruhe dich jetzt aus. Morgen hast du viel zu tun. Nein! Hallo, Sonja, was für ein schöner Tag. Was möchtest du heute Morgen gerne machen? Ausreiten. Aber ich muss ja schon wieder die Box machen. Oh, Pferd. Lass das. Eigentlich hätten wir es auch später machen. Kann ich das nicht abbrechen? Warum nicht? Gut, ich könnte wahrscheinlich auch Escape drücken. Aber was ist mir das denn? Oh, Mann. Der war ja auch blöd, ja. Warum mach ich das auch immer? Ich hab gedacht, er hatte das Pferd mal hier nix drin. Obwohl, dann wär's krank. Da ist hier nix drin hätte über Nacht. Gut, ich sieh's ja ein. Ich sieh's doch schon ein, Mann. So. Achso, ich muss ja noch neues Stroh wieder nachlegen. Ich vergesse das immer. Dass ich ja hier noch neues Stroh... Ach ja, oh, oh. Bevor ich es wieder vergesse. Ich wollte euch mal fragen, was haltet ihr, wenn ich mal live streame? So, dass ich es, was weiß ich, freitagsabends oder so mache. Da wohl recht viele ihr wahrscheinlich Zeit haben. Hab ich mir einfach nur mal so überlegt. Und, ähm... Ja, ich bin einfach mal gespannt, was ihr dazu sagen wollt. Schaut es einfach unter dem Video in die Kommentare einfach rein. Lass das mich einfach wissen. Nein, das würde mich echt mal interessieren, was ihr darüber so denkt. Und, ob, äh... Ja, ob es euch auch dann halt eben so gefällt. Weil es kann ja auch wirklich mal sein, dass ihr zu sagen, ne? Ähm... Nö, das wollen wir nicht, ne? Ich klicke jetzt einfach mal hier drauf. Erstes Foto? Was? Erstes Foto? Erst der Ritt? Ich mein, das hätte ich jetzt auch anklicken können, aber erster Ritt oder so wäre auch schon nicht schlecht, ne? Oh, guck mal, da ist ein Kanickel und ein Reis. Oh, so süß. Reite mit Willy bis zum Ende des Weges. Ähm... Okay. Kühe sind da links. Oh, ist das schön. Das Kanickel hoppelt vor uns weg. Achso, ich kann nicht einfach mein Viertchen sagen, es soll springen, ja? Hm. Der wäre wieder typisch. Kann ich ja auch mal schneller? Oh, cool. Oh, perfekt. Ich hab's voll drauf. Juhu. Nein, strecken, galopp. Geht's voran. Juhu. Und da kommt wieder ein Hindernis. Und das schaffen wir. Oh, durchschnittlich. Und über eine Bricke. Da geht mein Pferd einfach einwandfrei rüber. Oh, und noch mal so ein Holz-Dings. Oh, das war wieder perfekt. Natürlich. Ich kann das so langsam. Also, deswegen sagt man, wie ein schönes Spiel, wo es angezeigt wird, wann ich zu springen habe. Auch wenn ich mich da vielleicht auch mal tausendmal vergliche. Aber es ist nicht so anstrengend, als wenn ich es immer selbst irgendwie abmessen muss. Oh, wann muss ich denn eigentlich springen, oder so? Sondern, dass es mir einfach mal gesagt wird. Das ist nicht so toll. Oh, guck mal, da sind nochmal wieder Kühe. Ob man da hinreiten kann? Das ist, wenn ich von dem Weg... Achso. Kann man nicht. Oh, das ist ja voll gemein. Oh, warum kann ich denn hier nicht so schnell? Was ist los, Pferdchen? Keine Lust mehr. Achso, hier geht der Weg gleich. Ich war kurzzeitig verwirrt, wo der Weg denn jetzt lang geht. Was ist das? Katzen! Das waren Katzen! Was machen die denn hier? Und da waren es keine Katzen. Doch, das waren noch Katzen! Oh, das war noch perfekt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe das erste Zeit, wie es echt in diesem Moment noch gesehen hat. Oh, ich muss herunter mit der Geschwindigkeit. Ich war hier gerade... Oh, Schafe! Oh, das war schon. Gut gemacht, du hast den Ausritt abgeschlossen. Oh, erster Ritt. Das ist auch ein schönes Bild, oder? Ja, ich finde das voll toll. Oh, du hast das Ziel des Ausrittes erreicht. Juhu! Das war ein guter Ritt. Dein Pferd ist bestimmt sehr zufrieden. Ja, bestimmt. Ein Artikel wurde deinem Inventar hinzugefügt. Inventar... Ach, wahrscheinlich da, ne? Laden... Okay. Ich will jetzt aber hier nochmal erstes Foto, nämlich nochmal. Das wissen, was das ist. Mach ein Foto vom Dorf. Ähm... Okay, ich darf immer nur am Wegesrand bleiben. Okay. Oh, schneller, Pferdchen! Schneller! Schneller! Wo muss ich denn da eigentlich hin? Wird mir das... Wird das ja mir noch angezeigt? Oder angezeigt? Wo ist denn das Dorf? Habe ich das jetzt schon verfehlt? Ich hoffe doch mal nicht, also... Wie ist das richtig? Die Werte nicht auch richtig einfach mal so... denn dagegen reiten. Okay, hier ist es anscheinend auch nicht. Ja gut, vielleicht kann es mir... Also, vielleicht wird es mir ja doch angezeigt. Also, wie ist das? Hoffe ich das mal? ... Okay, hier geht es irgendwie zum Wall. Aber wo geht es hier hin? Warum beschriftet ihr denn das nicht immer denn so? Ich reite mal jetzt einfach hier lang. Ich habe keine Ahnung warum, aber... Ich denke mal, das ist schnell richtig. Es sieht auf alle Fälle irgendwie sehr richtig aus. Dann frage ich mich, wo muss ich denn jetzt dafür stehen? Macht sie es jetzt von sich aus? Ne, wahrscheinlich muss ich denn mit dem Fotoapparat oder so. Ja. Uh, cool. Herzlich willkommen, du hast ein schönes Foto gemacht. Juhu! Okay, den letzten Ausritt werdet ihr in der nächsten Folge dann sehen. Ich hoffe, ihr hattet einfach Spaß, mich hier wieder bei zuzuschauen. Würde mich einfach freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wie wir hier diesen Ausritt noch zu Ende bringen. Und, ähm... Ja, bis zum nächsten Mal. Und hinterlassen mir Kommentare, Bewertungen, alles natürlich. Und bis denn. Und tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.